Die Ukraine greift mit US-amerikanischen Attack-Uns-Raketen erstmals russisches Territorium an. In der Nacht auf Dienstag zielt Kiew auf eine Militäreinrichtung in der Grenzregion Bryansk. Russlands Verteidigungsministerium meldet den Abschuss von fünf der sechs ballistischen Raketen. Eine weitere wird beschädigt. Trümmer verursachen einen Brand auf einer Militäreinrichtung, jedoch ohne Opfer oder größere Schäden. Dieser Einsatz markiert eine bedeutende Eskalation im Konflikt. Die USA hatten zuvor die Lieferung von Attack-Uns-Raketen an die Ukraine genehmigt, die Ziele in bis zu 300 Kilometer Entfernung treffen können. Russland reagiert mit scharfer Kritik und warnt vor möglichen Konsequenzen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge, da der Einsatz solcher Waffen das Konfliktpotenzial weiter erhöhen könnte. Die Ukraine betont ihr Recht auf Selbstverteidigung und die Notwendigkeit, militärische Ziele zu neutralisieren. Russland sieht darin eine Provokation und droht mit Gegenmaßnahmen. Die Lage bleibt angespannt und weitere Reaktionen der beteiligten Staaten werden erwartet. Die Eskalation könnte Auswirkungen auf die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts haben. Beobachter und Beobachterinnen fordern Zurückhaltung und Dialog, um eine weitere Verschärfung zu vermeiden.